oh hallo willkommen bei der nächsten folge von chef bei koch so gut geht es mir hier mit einer couch tief beeindruckt von der serie mentalist sie kennen sie auch habe ich mir gedacht so eine coole couch bequem für das nachmittägliche nickelchen vor allem aber für richtig gute gedanken und ideen ja das wäre es auch hier im fabrikle und so steht sie hier die couch und so liege ich hier auf der couch und versuche die gedanken zu ordnen und ideen zu entwickeln die wir hier im fabrikle für sie und für den maschinenbau insgesamt entwickeln ja so machen wir das